So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Minecraft Shine mit Baloui und Liscario. Lapis Baloui, yay! Hallo! Jetzt hätt ich so, 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 so'n Kellogg-Spruch, so, erwecke den Tiger in dir. Nein, okay. Nein, wenn dann der Feuermagier. Dankeschön! Weißt du, ich will eher das Bild des Feuermagiers da, aber... Ja, bau doch weiter! Naja, ich hab irgendwie... nein! Ich geb dir doch ein Eggwix-Sent, man! Warte, wo, wo bist du hin? Wo bist du hin? Achso, nein. Was? Nicht reinfallen, ne? Das ist nicht so gesund. Geh weg, Liscario! Ich geb euch dann eh alles ab, Mann! Verschwinde von meinem Stück! Ich überlege, ob ich mir gerade extra vielleicht doch ne Eisenschaufel dafür gerade schmelze, damit wir vielleicht ein bisschen effektiver das Zeug mitnehmen können. Boah, wie langsam bist du eigentlich, Feuermstor? Ja, ich hab ne Holzschaufel innerhalb. Achso! Du hast das mehr geklaut! Ne, ne, ich hab's einfach so, weil ich's keine eingesammelt. Ne Holzschaufel, soll ich euch auch mal ne Eisenschaufel eben machen? Oh, sehr gerne. Ja, gerne und... Drei Eisenschaufel, dann ist das gut. Ich mein, ja, lol, ich hab ne... was? Eine, 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 eine Käferlarve? Ja, kannst du essen, glaub ich. Ja, soll gesund sein. Ne! Das hat voll viele Vitamine und Mineralstoffe! Apropos Vitamine und Mineralstoffe, Leute! Guckt ihr König der Löwen an, die fressen das auch den ganzen Tag! Ich hab auch unnützes wissen für euch, äh, wenn man eine Eisbeerenleber essen würde, würde der Mensch an, äh, zu viel Vitaminen sterben. Na super. An einer Vitamin-Überdosis. Läuft doch! Ich will jetzt mal kurz probieren. Ja, das geht! Ich will mal schauen, was die, äh, was die Larven Positives machen. Ja, gar nichts! Die töten dich! Ja, ne, wenn du die kochst. Die Twilight Forest, sogar so ne, ähm, Larven, äh, Kanone. Hier! Liscarion, deine Schaufel. Geh mal, geh mal weg jetzt hier. Okay, warte. Hä? Wieso liegt die Schaufel wieder hier? Ja, weil ich keinen Platz im Inventar habe! Gib mir die Schaufel schnell! Ja, okay, die sättigen wir. Super. Samstor, hier, deine Schaufel. Ja! Ja! Geh mal weg von Liscarion. Ich hab sie! Ich bin im Cheat-Modus. Ich, ich Vollkoffer. So, okay. Gut. Vollkoffer? Ja, Entschuldigung, ich bin ein voller Koffer. Ich bin ein Geschäftsmann. Ich merk das schon. Ah, das geht schon mal ein bisschen schneller. Ein bisschen, auf jeden Fall schneller als ein Holz, oder? Quicksand wird uns im PvP auf jeden Fall ein deutliches Stück nach vorne bringen. Du kannst abbauen, was du willst. Ja, ja, gehört alles mir. Waloui! Ohne Witz! Meins! Zu spät. Scheiße. Geh da rüber! Ich bin extra reingesprungen, Alter! Der ist voll der, der ist voll der Dieb, ey. Der ist voll süchtig nach dem ganzen... Du bist alles meins, meins, meins! Nein! Okay, ab sofort geb ich nichts mehr ab. Wacke! Dann herrscht Krieg! Ey, das ist viel zu geil. Zwischen Riola, dir und mir, oder was? Ah, ich bin im Sand! Storm! Äh, jetzt müsste mal einer ausfesten, ob man da wirklich Schaden kriegt, wenn man zwei tief sinkt. Biskario! Ich bin schon mal gesto... Nein! Wie nein? Noll! Boah, bau doch nicht unter mir den Block ab, Alter! Wie gemein! Dankeschön! Ey, du griebst ja alles! Bitte was? Ich geh einfach weiter. Voll, voll der... Sonst heißt es wieder, ich bin böse. Leacher ist das hier, voll der Leacher. Bitte was? Wow, harte Wörter hier, ey. Da war es drunter noch? Ah ne, das scheint nur ein Stein. Oh, ich hab noch mehr Eisen gefunden. Das ist schön. Das ist gut. Glaube ich zumindest. Oder was ist das? Eisen ist meines Erachtens nach in diesem Modpack das wertvollste, was man so haben kann, weil man es einfach für alles braucht. Das ist Petrified Wood. Holz. Ja. Klar, aber das schaut nicht aus wie Holz, das schaut aus wie ein Viech. Das war die Aussage des Tages, ey. Beste Aussage ever. Bin klug. Auf jeden Fall. Äh, ne, du bist nicht klug, du bist äh, Lapis Baloui. Lapis Baloui. Ja, äh, da drunter sind wir hergekommen. Lass mal lieber in ne Richtung gehen, wo wir noch nicht waren. Da sind wir nicht hergekommen. Oder wir gehen in Richtung, Richtung Heimat. Da sind wir nicht hergekommen. Und versuchen alles zu finden. Sag, was ist denn das? Ich hab Jade gefunden. Jade? Ja. Und jetzt ist es meins. Ich hab zwei Jade. Lol, ich hab ne Schlucht gefunden, ne? Ohne Lava drunter. Oh, lol, ich hab rotes Zeug gefunden. Ja, ich auch. Jo, das ist... Aber das ist ja nur, das ist ja nur, ich sag mal, ich denke mal, das ist das Äquivalent zu... Redstone. Nein, nein, nicht zu Redstone, sondern zu Dohstone. Ja, kann schon sein. Äh, Leute, ganz kurz, wir sollten uns aber nicht trennen hier im Erebus. Ich bin bei Baloui. Ich bin bei, äh, Famstore. Achtung, hast du jetzt schon eigentlich ne Larve gegessen? Ja, hab ich. Ähm, die regeneriert nur deinen Hunger mehr nicht, das Wasser. Boah, geil, Alter. Die macht drei oder so, ne? Äh, Alter, ich bin ja so behindert. Äh, was, was du nicht weißt ist... Ah, Mann, Baloui. Ich hab, hm, gesagt, weil ich gerade was leckeres gegessen habe. Ja, klar, hm. Ähm, und zwar ganz kurz, äh, die Gems, die roten, kann man auch ohne Spitzhack abbauen und dadurch ist meine Spitzhack jetzt kaputt geworden, ich dumm, Kopf. Ja, das hätt ich auch weiter können. Oh, ouch. Was brauchst du denn Ember ab eigentlich? Wenn ich, wenn ich mir das Zeug in meine Base stelle, dieses rote Zeug, dann weiß jeder direkt, hey, Feuermagier in the house. Was ist Ember, jetzt ohne Witz? Das ist, das ist, ähm, ach, wie heißt das denn auf Deutsch? Buntes Glas? Äh, nein, 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 Ember hat, äh, heißt im Deutschen... Amanda. Nein, nein, wo seid ihr hin? Äh, äh... Feuer? Ja? Ember ist... Clout. Och, Mann! Ember, Ember ist... Was? Was bedeutet das? Na, ich überlege noch wieder, wie man das aussieht. Das ist, das ist... Och, Mann! Wie heißt das? Wie will ich anfassen? Dieses Zeug, wo Sachen drin eingefasst werden und über... Bernstein! So, das ist Bernstein! Mann! Na, endlich hast du es rausgefunden. Ich wollte dich nur prüfen. Ja! Ich wusste... Ha, Vieh! Hä, Vieh, wenigstens hast du ein Vieh bei dir! Eisen, Eisen, Eisen! Ich geb dir gleich Eisen, Alter! Ich hab Eisen! Ja, freut mich für dich! Mich auch! Das ist doch gut so! Wo seid ihr denn hin, ihr beiden? Äh, ich bin einfach weiter runter durchgegangen, also einfach geradeaus... Ja, aber ich weiß nicht, wo ihr hin seid! Äh, 200... Äh, minus 290 plus, äh, 75. Und 90? 290 plus... Ja, ja, ich komm in die Richtung. LOL! Boah, wie ich mich gerade erschreckt habe! Wie gesagt, ich erschreck mich vor allem! Oh, jetzt muss ich euch wieder finden, ey! Irgendwas gibt dieses Larvenzeug, man hat dann irgendeinen Buff. Nein! Ah, hier ist Kohle! Ich nehm die mal besser mit! Nein, hat man nicht, hat man nicht! Ja, aber ich hab so Leuchten um mich rum! Aha! Hier, guck! Da ist ne Schlucht! Die hab ich gefunden! Mein Freund! Aber da ist nicht mal Lava drunter oder so, sondern ich weiß nicht, was da drunter dann zu finden ist! Ähm, ich hab gleich keine Fackeln mehr! Schon wieder? Was machst du denn mit den Fackeln? Frisst du die, oder was? Ich setze sie mein... Oh, noch mehr Quicksand! Noch mehr... Noch mehr Quicksand! Noch mehr Quicksand! Oh, Eisen! Ne, ich nehm' lieber Eisen an der Stelle, Quicksand! Ich nehm' lieber Eisen an der Stelle! Ich nehm' lieber Eisen an der Stelle! Ich hab' Kohle gefunden! Jawohl, ich kann gleich wieder Fackeln machen! Sehr nice! Und wir sind schon wieder bei fast 7 1 1 1 Minuten! Ja, ich denk' mal, wir müssen gleich gucken, dass wir irgendwie Richtung Heimat kommen, es wird noch schon lange genug dauern, bis wir wieder da sind! Stell dir vor, der Waypoint ist weg! Ja, da! Ja, da! Das wär' lustig! Nicht lustig! Das ist noch mehr Quicksand, wenn du willst, ne? Musst du mal aufpassen, dass ich nicht in Quicksand reinlaufen würde! Leute, dass das rote Gedöns will ich haben, ne? Also, wenn ihr da... Ja, dann nimm dir! Nimm, ja... Guck mal, guck! Ich bau' das genauso mit meiner Hand schnell ab, wie mit meiner Spitzhacke, wenn sie effizient einzugt! Das dauert exakt gleich lang! Selbst mit Effizienz 1 auf meine Spitzhacke! Ist das heftig! Lass' aber mal eins da, dann haben wir hier noch ein bisschen Licht! Bitteschön! Ich hab' extra noch eins lassen, Alter! Ja, ich hab' auch! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Silberfisch! Was? Silberfisch, ach bitte! Ich dachte, es wäre was Schlimmes! Er hat mich erschreckt! Hallo, Larve! Tod! Was ist da? Lol! Mein Elemental ist voll! Ja, meins auch! Ja, nur hab' ich ne Magnetisierungsrüstung! Lass' uns einfach aufmachen Richtung Heimat, unsere Sachen teilen und dann, dann müsste die Folge schon auch fast zu Ende sein, ey! Bis wir zur Rolltze... Nein, ich bin Samstag! Nein! Äh, Leute, habt ihr schonmal Rolls-Baumstämme, Leere gefunden? Äh, warte mal! Schnell! Äh, ja! Oh Gott! Treibsat, Alter! Wie ich dir da nicht aufgepasst habe! Warte, ich komm' und hol's mir ab! Ne, ich hab' mich selbst befreit noch! Ich bin jetzt zum Glück immer ran reingefallen! Ah, ok, perfekt! Oh Gott! Oh! Oh! Das sieht engst... Oh Gott! Oh Gott! Was ist ein Zentipede? Tausendfüßler? Halt' dich von fern, die vergiften, Alter! Geh da weg sofort! Du verreckst von den Füßlern! Oh Gott! Da ist noch ne Lebelle! Oh! Ich komme! Ich eile dir zur Hilfe! Wo seid ihr denn? Oh! 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 Ich hab' nämlich gerade einen Zentipede getötet, der hat mich zum Glück nicht erwischt! Oh! Sei froh, Mann! Wo bist du denn überhaupt, Aloui? Ja, Mann! Ich bin immer noch unten unter der Oberfläche, wo die Schlucht war von Miscarium! Sag' mir mal Koordinaten! Komm' einfach zu euch! Äh, minus 285 plus 130! Der geht hier immer weiter weg! Ich nicht! Nochmal nach vorne gehen, bitte! Also in die Richtung hier! Wo? Hier hin! Da, wo ich grad hin... Ich seh' dich gerade nicht! Wie? Du siehst mich nicht! Geradeaus! Ich seh' dich gerade wirklich nicht! Bei mir ist alles dunkel, weil ich hab Shader! So, aber jetzt müsste ich... Ich steh' vor dir! Ja, jetzt seh' ich dich, ja! Okay, perfekt! Nur umso weiter weg du bist, umso weniger seh' ich natürlich, ne? So! Ich setz' mal gleich in die Fackel rein! Danke! Oh, da ist ein Viech! Ab sofort! Ja! Oh, lol! Das ist viel! Nee, okay! Kohle ist unnötig! Gold! Geil! Nehm' ich mit! Gold! Sofern ich's kann! Eine Frage! Was ist Flywing? Was? Ah! Keine Ahnung! Ich komme! Ich rette dich! Wo seid ihr? Hab sie! Toad! Okay, bleibt ihr kurz bei mir! Ich muss da kurz was machen! Ich bin, ich bin gerade, äh, absolut voll gerade! Ich hab' auch kein Knapsack! Wisst ihr, wie man sich ein Knapsack macht? Mit Gold! Nee! Mit Gold? Gold und Leder! Gold, so Goldstangen oder so sind das! Blazeroths! Ja! Ich hab' das Rezept mal angeguckt, aber es, äh... Ja, Blazeroths! Wahrscheinlich! Noch nicht gebaut! Ach ne, oder Blazeroths kann auch sein! Das sind Goldstangen! So, hier bitteschön! Zack! Ich leg da einfach alles rein, was ich nicht brauche! Falls ihr was braucht, ne? Einfach sagen! Das, das! Was? Exoskeleton-Plate! Bestes! Bestes, Mann! Ähm... Was brauche ich noch nicht? Bambus brauche ich nicht! Obwohl, warte, stopp! Aus Bambus kann man Holz machen, oder? Guck mal hier! Guck mal hier! Was ist das denn für ein Baum? Das ist ein hohler Baumstamm! Wie geil ist das denn, der Baum? Wenn du den abbaust, kommen Sticks raus! Ja, hab' ich auch gerade gesehen! Ach so! Oh, ich dachte gerade, wär's ein Monster, Alter! Was sind, äh... Compound-Eyes? Keine Ahnung! Oh, Spinnen! Irgendwelche Augen! Auf jeden Fall! Ich würde mal sagen, dass wir jetzt so langsam... Auf den Rückblick machen! Ja, ich meine, wir haben noch Zeit! Ich kann ja mal nachschauen! Warte kurz! Ja, aber wir brauchen eine ganze Weile! Ja, warte ganz kurz! Wie schau' ich denn gerade alle meine Waypoints an? Kann ich das irgendwie? Nein! Natürlich kann ich sehen! Da! Waypoints! Erebus! Now! Das ist auf 60 zu 196! Ja! Ja! Und dann müssen wir noch über den ganzen Sand zurück und so! Wir brauchen ungefähr 400 Blöcke! Das heißt, wir brauchen ungefähr 6 Minuten mit dem ganzen Sand mit einberechnet! Das heißt, wir können noch ungefähr 2 Minuten herumlaufen! Super! Eisen, meins! Nimmst du ja ruhig mit mich! Ich konnte gerade kein Deutsch, Freunde! Fuck! Irgendwas habe ich gerade gehört! Irgendwelche Tiere habe ich gerade gehört! Ja, da sind irgendwie so eine Spinngrube ist da! Oh Gott! Wäre ich vorsichtig! Die hat goldene Augen? Was? Bist du das Wahnsinn? Erebus Spider, ja klar! Wieso sehen die Viecher hier, also die Erze hier eigentlich so anders aus? Ja, weil es eine andere Map ist! Doch nicht so schwierige Sachen, Mann! Ähm, warte! Sag mal, Baloui! Ja? Hast du einen Shader drin? Ja! Aber ich habe einen eigenen, also einen speziellen Shader drin! Ja, den was du mir gegeben hast, ne? Ja, ja, genau! Der, aber der, ich meine... Und du schaffst es ohne Fackeln durchzulaufen? Ich halte die ganze Zeit die Fackeln in der Hand! Ja, das traue ich mich nicht! Ich habe lieber das Schwert in der Hand! Ja, du bist ja auch... Pussy! Ja, ich weiß! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Hilf mir, hilf mir! Ich bin vergiftet, vergiftet, vergiftet! Wo bist du? Ne Wespe oder so! Oh Gott! Hilf mir doch! Ich komme zu euch! Wo stehst du? Wahrscheinlich wieder unten, ne? Speedmeet! Ja, minus 360 plus 120! Wo bist du denn gelaufen? Ja, ich bin einfach so... Oh Gott! Noch eine! Hilf mir, hilf mir, hilf mir! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh! Ich sehe dich! Boah, durch Aspidfleisch habe ich mich jetzt gerade nur... Alter! Ich renne. Jetzt brauchst du mich gar nicht mehr, wa? Ohne Witz. Kommt mal mit, bitte. Ich hab ne Bienenstachel. Hier vorne kommen die vollen Monster, Alter. Da, hier. Da, da vorne, um die Ecke. Da kommen so viele, Alter. Komm, macht mit. Ihr wollt noch Action, habt ihr gesagt. Oh Gott. So viel Action will ich dann doch nicht. Ja komm. Da, ne Wespe. Wenn wir zu dritt sind, geht das doch einfach. Ja, aber doch voll das scheiß Zeug. Außerdem müssen wir mal aufpassen, wenn wir zu dritt kämpfen, dass wir uns nicht gegenseitig selber vernetzen. Boah, Ascario, das waren drei Stück. Du Assi. Was drei? Äh, drei von den Exoskeleton Plates. Ernsthaft? Ach ja, ich hab neun. Geil. Ja, wie gesagt. Kann ich dir dann geben? Wie gesagt, ich hab ja eh ne Magnetrüstung. Wir teilen dich einfach am Ende auf. Oder irgendwas, was heilt? Ja, ich. Zwei Stück noch. Willst du mir eins abdrücken, bitte? Muss ich schon wieder meine Dinge ausziehen, ey. Ich hab kein Blatt im Inventar. Kann ich grade nicht. Puh. Ja, passt dann irgendwann anders einfach. Hauptsache ich sterbe nicht. Alter, diese Schluchten sind so... Hier, Undercoverstone hab ich hier. Zack, zack. Alter, die sehen voll böse aus, die Schluchten. Die hat kein Ende, die Schlucht bei mir. Alter. Achtung, achtet kurz auf mich. Ich muss mich kurz kratzen, ey. Das juckt ja so scheiße hier. So, dankeschön. Ähm. Gut, dass ihr nicht auf mich geachtet habt. Ähm. So, ich hatte ein Auge auf dich. Optifine. Zoom. Yay. Okay, da bin ich ja froh, dass du fünf Augen hast oder so. Sieben. Sieben. Ja. Ich hab nur noch eine Fackel, wie behindert. Gleich nochmal ein Märchen machen. Äh, warte kurz, ich schmeiß dir ein paar hin. So, ich hab jetzt neun wieder. Oh, da. Lol. Alter, wie die einfach wegfliegen, ne? Jetzt hab ich 21. Perfekt. Dankeschön. Können hier in dem, äh, Nether... Ach Quatsch. In dem Erebus eigentlich auch alle Ärzte sein wie in der normalen Welt. Ähm, ich glaube schon, ja. Ja, Diamanten hat er ja auch gefunden, hat er gemeint, ne? Ja gut, Diamanten rede ich jetzt nicht von. Ich rede jetzt von ein bisschen was besserem. Hier sowas zum Beispiel. Äh, das ist Eisen. Ja, und, äh, das andere Zeug halt. Äh, okay, jetzt sollten wir schon langsam at home, ne? Ja. Auf jeden Fall. Lass mal los gehen. Also, ich mein... Du bist der Führer, ne? Du bist der, also der Anführer der Gruppe. Dankeschön. Der Führer. Lol, das ist ein Viech. Mach's kaputt, mach's kaputt, mach's kaputt. So ein süßes kleines Viech, das man nicht erwischt. Ich erwisch es nicht! Bleib doch stehen, du Bastard! Ja, dann halt. Mach's da auf se Unfähigkeit! Okay, du kriegst kein Quicksand. So, gehen wir! Tot, ich hab's kaputt gemacht. Okay, ich dachte schon, du bist tot. Mir geht's um die wertvollen Sachen. Äh, der Sand ist nur, äh, der Quicksand ist so ein... Warte, ich hab da ein Erz gefunden, was ist das? Achso, das ist eine Spinnenwebe gewesen, sorry. Okay, los geht's, komm! Tolles Erz. Wir laufen jetzt nach Hause, komm! Oh Gott, hoffen die nicht sterben, bitte, ey. Das wär jetzt echt bitter, zwei vollen krasses Zeug gesammelt. Und dann verrecken am 3 Uhr am besten noch. Ja, aber genau so, genau so ist es in meinem Dungeon basiert. Leute, schaut einfach kurz mal in die Kiste, falls ihr irgendwas braucht von da. Ich mein, es ist nicht gerade wichtiges Zeug drin. Sag mal, äh, nope. Okay. Ich hab nur halt das... Oh, ich hab kein Fressen mehr. Habt ihr noch was zu essen? Ich hab noch. Ich hab noch was zu essen. Ich hab noch Brot und Raupen. Bauchst du was? Ja, gerne, warte. Ich hab nämlich nur die, die rohen Raupen hier, oder? Ja, komm, ähm, ich schmeiß dir hier mal was... Warte, nee, wir machen das anders. Komm, hier. Du brauchst ja auch noch in das Spiel mit. Ich leg's dir da rein. Oh ja, das ist perfekt. Ah, stimmt, perfekt. Ich hab zwar nur eins, aber hey, hier. So, legst du mir dann dafür das Essen... Ich leg dir mal per Swimmen rein. Geil, dankeschön. So, dafür lege ich irgendwas zurück. Ich hab keine Ahnung was. Da, Lapis! Lapis Baloui. Boah, dann hab ich wieder volles Leben, ey. Boah. Lapis Baloui? Geil. Läuft. Hast du gesehen, hier ist ein Spinn... Hier ist ein Spinnenschatten. Über uns sind Spinnen, auf jeden Fall. Alter, das heilt ja ziemlich viel sogar. Okay, gehen wir weiter, oder? Das ist im Übrigen ein Baum, ne? Ein Baum? Ja, das sind Früchte von einem Baum. Cool. Dann hab ich mir in meine Dimension gesetzt. Ich hab keine Essensprobleme mehr. Nur ganzen Probleme. Geil, davon musst du mir mal ein Zeppling geben, wenn du magst. Äh, Baloui? Ja, ich bin hinter dir. Gehst du mal wieder vor und ich baue einfach mal Sand ab? Mal schauen, was passiert. Nee, du kennst den Weg, ich kenn den Weg nicht hier. Achso. Stop, lass mich nicht alleine. Ah, da, Quicksand, geh mal rein! Nein! Fuck! Hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir! Fuck! Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Beim Quicksand! Goddammit. Ich wollte eigentlich daran vorbeispringen! Kommst du raus? Boah! Alter, ich wollte eigentlich, ich wollte ja eigentlich daran vorbeispringen. Dankeschön, sehr nett von dir. Ey, das ist noch mehr. So. Dankeschön, sehr nett von dir. Ich hab leider keinen Platz mehr. Ja, 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 ja. Ich hab's eh nicht eingesammelt, ich hab keinen Platz mehr. Äh, folgt mir mal einfach weiter, ja? Wir müssen ja hier zurück, ne? Ja, müssen wir. Ich bin hier doch richtig. Ja, ja. Eigentlich nur noch geradeaus, so wie du jetzt gerade läufst, hier so. Noch leben wir. Ja, noch leben wir. Mal den Teufel bitte nicht an die Wand, ey. Nee, ich möchte ja auch eigentlich nicht sterben. Wir werden nicht sterben. Stopp, stopp, ich möchte hier, ähm... Kakaobohnen mitnehmen? Ja. Ah, ich hab keinen Platz. Wie gesagt, wir können ja danach, weil, wenn Balou schon sagt, er hat sie schon, können wir ja danach schauen, wer was braucht, ne? Ja, ja. Oh, wartet. Wow, wow, da geht's runter. Okay, wir hätten unten bleiben sollen. Okay. Stopp, stopp, stopp. Was ist das? Alter, lass mich nicht alleine. Ich will nicht sterben. Okay, dann bleib ich mal da. Seid ihr da? Ja, hallo. Ich bin bei Baloui. Wir sind alle da, alle da. Vielen Dank. Achtung, geht mal weg, ich will da mal schauen. Gut, da passiert nichts. Gut, passt. Einfach weiter, einfach weiter. Ich höre komische Geräusche. Lol, da geht's ja noch weiter runter. Achso, da hab ich abgebaut. Cool. Wir müssen noch, das heißt, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Hier in diese Richtung? Ich denke mal, wir gehen, wir gehen daran vorbei, ne? Würde ich sagen. Ja, bitte doch. Und zwar müssen wir hier rauf. Sehr, sehr gefährlich. Da ist noch Eisen, das sollte man noch mitnehmen. Nee, jetzt auch nicht mehr. Achtung, ich brauch noch mal... Boah, ha, ha, ha. Ich werde fast in dieses Loch gesprungen. Wow. Ja, mein Herz. Boah. Ich hab einfach nur, ich bin einfach gejumpt und dann... 2 Millimeter. Fürchten. Ich dachte, ich wäre schon drin. Hast du noch was zu futtern? Nee, ne? Muss ich halt rohes Fleisch fressen. Hier, ich hab Brot. Nee, nee, ich hab noch Essen, wenn du brauchst. Egal, ich bin jetzt, glaub ich, vergiftet oder so was. Egal. Nee, die Raupen vergiften einen nicht. Hab ich ja auch schon gefressen. So geht's gar nicht los. Stopp, warte, geh weg. Bleib stehen, bleib stehen. Lol, sah nur so gefährlich aus. Egal. Oh Gott! Pass auf. Ich dachte schon, da wär was passiert. Aber da sind wir beim letzten Mal nicht durch die Höhle gegangen, Alter. Nee, sind wir nicht. Wir sind hier außen her gelaufen. Ja. Ja gut, dann laufen wir außen weiter. Ihr müsst mir halt nur sagen, ich mein, ich hab zwar die Map und so, ne, aber... Oh Gott. Wir waren auf jeden Fall, müssen wir noch deutlich höher. Ja klar, das weiß ich. Wir waren irgendwo immer auf der Bergspitze, ist das Portal. Ja, ja, klar. Da und zwar hier, da vorne hab ich's. 170 Blöcke nur noch, also... Läuft. Nicht mehr viel, ne? Wow, Lava. Passt auf, da ist Lava. Uups. Ich hab keine... Warte, die ganze Zeit, dass Liscario einfach so plump verschwindet. Ich hab keine Fackeln mehr. Ich hab keine Fackeln mehr. Ich würd nicht so kaputt lachen einfach. Leute, ich hab keine Fackeln mehr. Ja, ich hab hier noch 10. Ja, warte. Ich leuchte Licht. Alter, irgendwas versteh ich nicht. Warte, stopp. Geht mit. Wir müssen da entlang. Boah. Ja, laut dem... Das ist aber echt ein schlechter, äh... Ja, Entschuldigung, aber das zeigt mir hier an, dass wir hier in diese Richtung müssen. Da sind Knochen. Moment. Kann da was cooles drin sein? Ja, Pfeile. Oder nicht? Oder ein... Woah! Woah! Alter, baut mich runter. Ihr habt da eh recht, ne? Hä? Ja, hab ich beinahe einen Block runtergebaut, einfach so. Entschuldigung. Ich weiß nicht. War keine Absicht. Ich weiß nicht. Ich hab nicht... Ich hab die Fackeln da. Ich würd sagen, wir bauen uns doch jetzt einfach hoch, weil wir finden den normalen Weg nicht mehr. Ähm... Okay. Naja, ich mein, mir zeigt's gerade an. Wir sind da hier. Es sind nur noch... Es sind nur noch hier nach... In diese Richtung 108 Blöcke. Aber, ich mein, gib mir noch ein paar Fackeln, damit ich sie setzen kann. Ich hab eh noch 11. Okay, Pate. Wart kurz, komm her. Ich schmeiß dir wer so raus. Wir sind hier irgendwo runtergekommen. Jaja, warte. Ich schau nur gerade. Hups. Hup. 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 Ich glaub... Achtung, ich werde... Okay, ich wollte gerade Quicksand unter mir setzen. Wie behindert. Das... Oh. Entschuldigung. Also ich werd mich jetzt mal nach oben bauen hier. Ja, genau. Das mach ich auch gerade. Hier. Nur wenn du dann runterfällst, bist du erledigt. Tot. Matsche. Ähm... Ich glaub, wir sind falsch. Ja, Moment. Lass mich doch erstmal hochbauen. So. Ja, Leute, wir finden nicht mehr nach Hause, Leute. Es tut mir sehr leid. Scheiße. Ja, das war's leider mit Schein. Ich hoffe, euch hat das ganze Projekt gefallen, aber wir finden nicht mehr nach Hause. Doch, ich hab's gefunden. Komm schon. Was? Du hast was gefunden? Ja. Den Heimweg? Maybe. So, ich geh jetzt nochmal nach oben hier, ey. Okay, ich bin richtig. Auf jeden Fall. Bist du denn noch weiter nach oben gebaut, oder was? Ich bin nochmal weiter nach oben gebaut, ey. Nur noch 83 Blöcke, jetzt baue ich mich da einfach durch, Alter. Ich hab da keinen Bock drauf. Wo bist du hin? Echt mal? Walui ist da? Wo bist du? Äh, ich bin auf plus 25, plus 130. Warte auf uns, gefälligst du Lappen. Ja, Entschuldigung, aber ich find den normalen Weg nicht mehr. Ich baue mich da jetzt einfach weiter. Aber, ich bleib wieder. Ey, dann komm ich wieder nach unten, ey. Bevor ich jetzt hier alleine falle. Ich bin oben, ich bin oben. Ich bin auch oben. Ich bin jetzt also fast oben. Plus 25, plus 130 bin ich gerade. So, ich seh auf jeden Fall irgendeine Namensplakette. Ich bin oben auf den Bergspitzen. Bist du auch schon oben? Tam's Door. Ja, da, ich seh dich. Schön, hallo. Wo? Da, hallo. Ja, hallo. Guck, ich bin sogar ungesneakt jetzt gerade. Wo ist er denn? Äh, hast du irgendwas gehört? Warte, ich komm mal näher. Ich seh euch. Ihr seid über mir. Ja, wir sind ein ganz Stück über dem Mann. Loll, ne Spinne? Spinne, Spinne. Spinne. Die backt sich bei mir herum. Egal, wo geht's zurück zum Portal? Warte kurz, ich baue mich kurz hoch. Ähm, sag mal, wo kann ich mich denn da hochbauen, ohne dass ich was abbauen muss? Ich glaub hier. Äh, wir rennen da jetzt mal ganz wie ein Beklopp da drüber. Wir waren im Ohr. Wir waren im Ohr. Ach, da kann ich mich hochbauen. Sagt mir das doch gleich, Alter. Ich hab mich durchgebaut durch die Wände. Das ist ungeschickt. Das ist ganz schön dumm. Oh, ich glaub wir haben's geschafft. Ja, wir haben's geschafft. Wirklich? Noch? Äh, Alter. Noch ein bisschen Sand vor uns. Oh, wir haben noch eine Minute, ne? Ja, das machen wir schon. Walu, darf ich abbauen? Nein. Schade. Wir überziehen einfach mit dem Auszeilen oder wir machen das Aus... Wissen wir nach oben? Hier, hier, hier. Ja, hier nach oben. 40 Blöcke nach oben. Oh, okay. Alright. Zack, zack. Dankeschön. Zack. Ich bin schneller. Du schummelst. Echt mal, hier mit seinen Steinen. Die sind wertvoll. Oh, da sind Larven vorm Tor. Tod, Tod. Alles egal. Raus aus dem Ende. Oh Gott. Tschüss. Schnell. Admin, schnell. Oh, Mann. So, Leute. Wir sind... Oh, es ist hellster Tag, Leute. Geil. Geil. Das ist echt geil. Dann wollen wir mal schnell noch Waren austeilen. Ach, das machen wir einfach nächste Folge. Machen wir noch eine Folge, oder? Ja. Na, ich kann aber jetzt nicht noch eine Folge machen. Ich muss morgen arbeiten. Dann kann ich dir nächstes Mal einfach geben, ne? Wir können ja mal eine Kiste machen. Wir teilen das jetzt eben auf. Zur Not machen wir es außerhalb der Aufnahme. Was weiß ich. Keine Ahnung. Also, ich habe sowieso nicht viel Zeug, ne? Ich glaube, es hat jeder gleich viel bekommen. Von daher... Ja, es sollte ungefähr. Also, ich habe auf jeden Fall genug, um weiterzumachen zu können. Ja, ich auch. Ich dachte eher, ich werde sterben. Tu ich aber nicht. Cool. Also, es ist klar. Wir können einfach mal gucken, wenn ich noch irgendwas von dir brauche oder so. Ich weiß nicht. Also, ich habe zum Beispiel... Ich habe 18 Treibsand, 27 Eisenerz gesammelt. Was habe ich noch Wertvolles dabei? Zwei Gold, einen Diamanten, äh... 46 Red Jam und drei Exoskelette. So, dann sagt ihr mal, was ihr habt. Ach ja, und einen Stack Clay halt. Ja, Leute, wir überziehen gerade einfach mal mit Absicht. Ja, ein paar Minuten müssen gemein sein. Ich habe extra viel Red Jam gesammelt, weil ich ja die Blöcke haben möchte. Ähm, und zwar habe ich Blöcke 21. Wow. Ist schon okay, ja. Und wie viel, wie viel hast du von dem Exoskelette Zeug? Moment, wir machen das so, wir machen das so. Wir machen das so. Balui? Sag mal, wie viel Exoskelette Zeug du hast. Eine Brustplatte. Hä? Du hast eine Brustplatte dir gebaut? Ja, kann ich machen, ja. Ich habe neun Stück. Ja, siehst du. Ich habe nämlich drei. Wie viel hat, äh, Termstore? Fünfzehn. Aber ich hatte schon acht vor der Aufnahme. Ja, okay. Also sieben. Ja, sieben, genau. Ja, ich meine... Sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Neunzehn durch drei sind, jeder müsste sechs haben. Also, ich krieg drei. Noch, von irgendwem. Kein Plan. Ihr seid gemein, ich wollt mir ne Platte machen. Bitteschön. Oh, tut mir leid, das hab ich nicht selbst sein. Hast du's? Nein, hab ich natürlich nicht. Ja, dann hat's er, weil ich hab nur sechs Stück. Nein, ich hab's nicht. Ich hab nur sechs Stück. Warte. Dann kriegst du eine von mir. Eins, zwei, drei. Los jetzt, mach schnell. Wie soll ich dir denn einsammeln, du Lappen, wenn du das Zeug an hast? Das geht nicht. Wie hast du Clay von mir? Ich hab sechs, ich hab sechs, danke. Sag ich doch. Perfekt, okay. Dann... Dann kriegst du mir das Red Jam. Ey, du hast mehr Red Jam als ich. Hallo? Ich habe... Ich will das Haus als Red Jam. Los jetzt! Nein, ich will kein Red Jam Haus machen. Ich will das... Ich aber... Hier, ein Clay. Jungs, wir müssen beenden. Ja, okay. Okay, 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 okay. Das ist aber unproduktiv, was du da machst mit dem Clay, oder doch? Ja, Jungs, da müssen wir jetzt die... Hör doch mal auf! Unnütze! Ich will ja auch noch die Arbeit machen, meine gute Eigenschaukel verbrauchen. Also gut, ich mach jetzt einfach mal die Abmoderation. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns doch einen Daumen nach oben bei jedem am besten gleich und abonniert alle Kanäle. Denn bis zum nächsten Mal. Tschüss! Haut rein! Tschüss! Ja, Balui, ne? Macht Spaß? Ja, danke.